Ja, wir haben uns ja mit den Piano-Axiomen beschäftigt und haben gesehen, wenn man die Piano-Axiomen so formuliert, dann wird dadurch die Struktur der natürlichen Zahlen festgelegt. Jetzt sind wir mal dreist. Jetzt schauen wir mal, was würde eigentlich passieren, wenn mal eines dieser Axiomen nicht gilt. Also wenn wir mal ein Axiom nicht annehmen würden, beispielsweise Axiom Nummer 3. Axiom Nummer 3 besagt, die 0 ist kein Nachfolger. Die 0 ist kein Nachfolger irgendeiner anderen natürlichen Zahl. Gehen wir mal davon aus, dass das nicht der Fall wäre. Die 0 wäre der Nachfolger, also zum Beispiel der Nachfolger von der 11. Wie würde das, oder was hätte das für Auswirkungen? Das würde bedeuten, dass wenn wir jetzt hier die natürlichen Zahlen haben, 2, 3 und so weiter, die 4 ist der Nachfolger von der 3, 5, 6 Nachfolger von der 5, dann kommt die 7, dann die 8, dann die 9, dann die 10 und dann die 11. Und dann, wenn die 0 jetzt Nachfolger wäre von der 11, dann würden wir wieder von vorne beginnen. Dann wäre die 0 der Nachfolger von der 11 und die 1 der Nachfolger von der 0 und so weiter und so weiter. Das heißt, wir hätten jetzt nicht die Struktur der natürlichen Zahlen mehr, denn das ist ja eine Folge, die in die Unendlichkeit weiterläuft. Sondern hier haben wir letztlich eine endliche Menge von Zahlen, die so eine Art Kreisstruktur bilden. Wenn man das mal anders aufmalt, sieht das ja so aus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und dann sind wir wieder bei der 0. Was wir letztlich festgelegt haben damit, ist eine Struktur, die nicht die Struktur der natürlichen Zahlen ist, sondern die der Ur. Wir haben hier die Urstruktur festgelegt und nach der 11 sind wir wieder bei der 0. Und wenn man jetzt die Addition hier drauf definieren würde, dann würde Folgendes passieren. Wenn wir beispielsweise zur 10 3 dazu addieren, dann ist es das gleiche, wie den Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 10 zu bilden. Schauen wir mal. Wir haben also 10 plus Sigma von Sigma von Sigma von 0. Das ist gleich der Nachfolger von 10 plus Sigma von Sigma von 0. Und das ist gleich der Nachfolger vom Nachfolger von 10 plus 0. Das ist gleich der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 10. So. Und ja, gucken wir mal. Der Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von der 10. Nachfolger von der 10 ist die 11. Nachfolger von der 11 ist die 0. Nachfolger von der 0 ist die 1. Kämmer 1 raus. 10 plus 3 ist 1 oder wie man aus der Urstruktur weiß, 10 Uhr plus 3 Stunden dazu, kommen wir bei 1 Uhr raus. 13 Uhr ist 1 Uhr. Was wir hier letztlich festgelegt haben, ist eine Struktur, bei der man Modulo 12 rechnet. Das heißt, man betrachtet bei Rechnungen immer nur diejenigen Reste, die bei Division mit Rest rauskommen, wenn man durch 12 dividiert. Also durch 12 dividiert mit Rest betrachtet man nur die Reste. 10 plus 3 ist 13 und wenn ich 13 durch 12 rechne, dann bleibt der Rest 1 übrig. Ja, für alle die, die schon algebraisch ein bisschen vorgebildet sind, was wir hier haben, ist die Restklassengruppe der Restklassen, wenn ich durch 12 dividiere. 10.000 Uhr. Vielen Dank.